Jo, ich weiß Leute, kommt etwas spät, ihr habt jetzt nicht genau eine Monat Zeit, sondern halt bis zum 5.6., äh, 5.7. Zeit, äh, mal wieder, wie ihr habt bei jedem Jahresspecial, will ich überprüfen, was Abonnenten wollen, fragen mich, also 4 Jahresspecial, FAQ, wie immer, stellt mir eure Fragen, ich werde ja sehen, wer von euch irgendwas fragt, ich glaube, Leute, die von Anfang an mit bei sind, haben schon keine Fragen mehr und stellen keine Fragen mehr, also bin ich trotzdem mal gespannt, was dann überhaupt so mal kommt, ich sage, ich freue mich auf eure Fragen, bis zum 5.7., danach werde ich sie beantworten und wenn dann beim Jahresspecial auch rauskommen wird, hallo, willkommen zum 4 Jahresspecial, das FAQ ist, ihr habt keine Fragen gestellt, ciao.